Die Wettervorhersage versprach nichts Gutes, dennoch war man am Nachmittag um 14 Uhr, wo das Youth Stage startete, noch guter Dinge. Während am Nachmittag noch die Sonne strahlte, zogen am Abend dichte Gewitterwolken über den Brucker Schlossberg. Der Stimmung tat dies trotzdem keinen Abbruch. Also wir haben wieder versucht sehr viele Bands einzuladen und verschiedene Musikrichtungen anzubieten, damit für jeden etwas dabei ist. Und ich denke mir, das haben wir wieder super geschafft. Also es war von Punk über Rock über Pop, es ist alles dabei. Wir haben natürlich auch Brucker-Bands, Headfarmer und Asamatoria. Wir haben Clockwerk Orange gehabt und jetzt bald ist es soweit und wir haben den Hauptakt Morten. Zum Auftritt kam es dann nicht mehr. Auch den Chartstürmern Morten an diesem Abend, der eigentliche Hauptakt, war die Bühne samt Wetter zu feucht. Um 21 Uhr wanderte man dann mit der restlichen Fangemeinde inklusive skurriler Regenbekleidung in die Brucker Innenstadt, wo man den verregneten Abend munter fröhlich ausklingen ließ.